Guten Morgen, Freena. Guten Morgen, Captain Whittaker. Die Passagierliste, wir haben 102 Personen an Bord. Wir können abheben, sobald alle angeschnallt sind. Na, wie geht's Ihnen, Whip? Sie haben viele Weben gerettet. Wir befinden uns im Sturzflug. Wie Sie das Flugzeug gelandet haben, war mehr als ein Wunder. Da unten sind überall Häuser. Trimmen Sie die Nase nach unten. Das Flugzeug brach in 30.000 Fuß auseinander. Wir werden eine Rolle machen. Das werden Sie mit einer Rolle machen. Bereit? Und durch. Da draußen wimmelt es von ausgefläppten Presseleuten. Du bist ein Rockstar. Du musst nie wieder selbst für ein Drink sein, solange du lebst. Captain Whittaker ist ein wahrer Held. Das ist Hugh Lang. Warum brauchen wir einen Anwalt? In der Absturznacht wurde Ihnen doch Blut abgenommen. Sie hatten Alkohol in Ihrem Blutkreislauf. Das könnte lebenslänglich bedeuten. Die Vernehmung findet in zehn Tagen statt. Sie werden jetzt unter die Lupe genommen. Erschießen Sie mich? Mutter, darf ich reinkommen? Ja, kommen Sie ruhig rein. Ich erschieße Sie drin. Die FAA hat zehn Piloten in den Simulator gesetzt und die Ereignisse rekonstruiert. Bei jedem Piloten wären alle rumgekommen. Sie haben es als einziger geschafft. Ich möchte jetzt über die Tage vor dem Unfall reden. Sie haben meinen Amt rettet. Diese Sache ist so heftig, das überlebe ich nicht. Wie lebst du dich, Herr? Ich habe am Abend vor dem Flug getrunken. Weiß Whittaker, dass er ins Gefängnis wandert? Meine Mandanten gehen nicht ins Gefängnis. Ich versuche, ihn das Leben zu retten. Was für ein Leben? Alle Friedenwerke sind ausgefallen. Achtung, aufreicht. Niemand hätte das Flugzeug so landen können wie ich. Meine Schwester und ich, wir haben schon einiges erlebt. Wir wären fast umgebracht worden, durch die Hand einer Hexe. Aber das hat uns nur noch stärker gemacht. Wir sind auf den Geschmack von Blut gekommen, Hexenblut. Wir sind auf den Geschmack von Blut gekommen, Hexenblut.